Hey Leute, hier ist der Bitti, euer Bitcoin Trading Informant, euer IOTA Trading Informant. IOTA explodiert! Wir haben letztens schon ein Video rausgehauen und darüber gesprochen, warum geht IOTA momentan so ab. Und wir müssten hier einiges nochmal kurz drüber checken, denn es gibt einiges Neues. Und ich möchte euch einige Trading Ideen zeigen für IOTA, wo die Reise hingehen könnte. Und ganz, ganz, ganz genau schauen wir uns das heute an, ob es wirklich so sein könnte und wie die Indikatoren dafür stehen. Also, IOTA Update, gleich mal los. Ihr wisst schon mal, okay, erste Geschichte, ja, Abu Dhabi, da gibt es was ganz, was Großes. Und zwar die IOTA Foundation, die hat eine Registrierung erhalten. Und das ist natürlich ein Hammer, da geht es nämlich um sehr viel Kohle. Es geht hier eigentlich um 100 Millionen Dollar. Die nächsten vier Jahre sollen die übertragen werden an das Ganze, an die IOTA Stiftung. Und das ist natürlich schon sehr viel, man muss sich hier mal vor Auge halten. Denn IOTA hat einen Wert von, sagen wir mal, 8 bis 900 Millionen Dollar. Und die bekommen jetzt mal so 100 Millionen Dollar zugeschossen in den nächsten vier Jahren. Das ist schon eine Ansage. Und interessant ist auch folgendes, Leute. Wir haben ein Maximalangebot momentan von 4,6 Millionen und davon, also eigentlich sind es dann 3 Milliarden Token, die im Umlauf sind. Also anders gesagt, 3 Milliarden Token sind im Umlauf und die haben so jetzt momentan das maximale Angebot bei in etwa 4,6 Millionen. Sind glaube ich jetzt schon 5 Millionen. Aber das Ganze ist schon sehr, sehr stark, wenn man sich das anschaut. Und was noch dazu gekommen ist, und das müssen wir heute kurz auch besprechen, das Interesse ist so stark gestiegen hier am Terminmarkt. Es ist auf den Rekord hochgegangen. Ihr seht es hier ganz gut bei IOTA Features Open Interests. Ihr seht es hier ganz gut. Wir sind nach oben geschossen. Wir haben hier einen Rekord. Das Interesse ist so nach oben gegangen. Und das sehen wir hier bei dieser Coin Glass Übersicht sehr, sehr gut. Das Allzeithoch ist nämlich über diese 43 Millionen gestiegen. Der bisherige Rekord wurde im Oktober 2021 erreicht. Und auch das sehen wir hier ganz gut, wenn wir da raufschauen. Da war dieser Rekord hier bei Open Interests. Und da sind wir jetzt mit unserem Spike drüber gegangen. Also absoluter Hammer. Auch hier absolute positive News auch hier für IOTA. Viele haben ja schon gesagt, vergiss IOTA bitte. Du immer mit deinem IOTA. Die Jungs sind tot. Das Projekt ist tot. Das kannst du vergessen. Man sieht mal wieder. Nö. Momentan schaut es gar nicht mal so schlecht aus. IOTA erholt sich auch langsam wieder. Letztens noch Platz 70 beim Video. Heute Platz 57 geht weiter nach oben bei unseren Crypto Coins. Und die Price Prediction, auch die schaut weiterhin gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben hier die 50 Cent bei der Monats Prediction. Die 71 Cent hier sogar in der 3 Monats Prediction. Das ist meine Ansage. Danach soll es wieder ein bisschen zurückgehen. Die technische Analyse für IOTA, auch die sieht ganz knackig gut aus. Im Monatschart. Auf Kaufen alles gerichtet. Im Wochenchart. Alles auf Kaufen gerichtet. Im Tageschart. Nach wie vor Kaufen. 4 Stunden und so weiter. Kaufen, Kaufen, Kaufen. Hier ist alles auf Kaufen ausgerichtet. Und es gibt einige Leute da draußen, die hier Trading Ideen veröffentlicht haben. Da möchte ich heute mal ganz kurz was checken. Und zwar Saed Salehiana, Saed Salehienia, sorry, so heißt der, die hier, die sagt uns eigentlich, ein Pump steht voraus. Bis zu 1,10 Dollar, 1,13 Dollar. Das wären 544 Prozent hier. Also, das schauen wir uns genauer an. Es ist nämlich eines interessant. Sehr, sehr viele dieser Trading Ideen, die momentan da draußen sind, haben eigentlich den gleichen Startpunkt. Und das checken wir heute auch gleich. Natürlich auch noch hier eine Trading Idee. Wir sind vielleicht jetzt im dritten Cycle. Und wenn wir uns das Ganze hier so anschauen, gab es hier einen Cycle 2018. Das war die Euphorie. Dann gab es einen zweiten Cycle hier. Trapped Investors, da sind alle hier mal davon ausgegangen, dass wir weiter nach oben schießen werden. Nein, Pustekuchen ist nicht passiert. Und jetzt hier, dieser Cycle, der Cycle Nummer 3, wenn wir hier Balaji Glauben schenken wollen, der soll es jetzt werden. Der soll jetzt eigentlich richtig gut nach oben schießen. Tja, auch eine Idee. Also, schauen wir uns das Ganze mal an im Chartbild hier. Und ja, wir sehen schon, wir sind wieder bei Trading View. Wir sind wieder hier beim Tageschart. Und wir sehen die schön nach oben geschossene Kerze hier. Das haben wir uns letztens auch schon mal angeschaut. Gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Zoomen wir ein bisschen mal weiter rein. Und wir hatten hier schon hoch bei 37 Cent. Und haben jetzt so mal eine Doppelspitze im Tageschart gebaut. Wir sehen es hier ganz gut. Eigentlich, wenn wir das Ganze hier im 4-Stunden-Chart vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen, checken wir das Ganze hier mal, sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Und zwar, ja, wir haben hier eine Doppelspitze gebaut. Und das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen gefährlich. Ein doppeltes Hoch, ein Double High eigentlich, wie es so schön heißt. Und wenn wir uns das hier ein bisschen genauer anschauen, da sehen wir jetzt mal folgendes. Doppeltes Hoch, ganz einfach zu erkennen. Natürlich hier eine Spitze nach oben, hier nochmal eine Spitze nach oben ist momentan mal Ende der Fahnenstange. Könnte auch ein böses M-Pattern werden. Wollen wir nicht sehen, aber ein M-Pattern würde hier so aussehen, dass wir hier mit einer, sagen wir mal hier mit der Linie nach oben schießen. Dann mit einer nächsten Linie wieder nach unten kommen. Mit der nächsten wieder nach oben. Ihr seht schon, das wird ein M und dann wieder nach unten zum Startpunkt. Das wäre ein M-Pattern und das Ziel für dieses Pattern gefällt mir momentan gar nicht mal so gut. Deswegen hoffe ich auch nicht, dass es das werden wird. Aber das Ziel dieses Pattern wäre dann da unten beim Startpunkt bei... Nein, nicht beim Text. Das ist natürlich das falsche Pattern. Das falsche, was ich hier machen wollte. Ich wollte ein Price Label setzen. Das hier. Da wären wir bei 22 Cent. Da wollen wir nicht mehr hin, wenn wir schon bei 37 sind. Natürlich nicht. Wäre aber das technische Ziel dieses M-Patterns. Was sollen wir uns jetzt noch anschauen? Heute gehen wir das Ganze ein bisschen genauer eben an. Wir gehen nochmal kurz zurück in den Tageschart. Und machen mal folgendes. Zoomen wir nochmal hoch. Und setzen wir nochmal hier unsere Trendlinie. Das hatten wir letztens schon von hier nach hier nach unten. Und hier unten war die Bodenbildung. So in etwa von hier nach hier. Das war dieses Falling Wedge. Das fallende Dreieck. Da sind wir nach oben schön ausgebrochen. Das sehen wir hier ganz gut. Ausgebrochen. Nochmal angetestet. Retest. Und von dort dann nach oben. Und das Gute daran ist, was wir uns jetzt anschauen müssen. Weg mit dem Ganzen hier. So. Das Gute daran ist, Freunde, eines, dass wir jetzt momentan beim Start dieses Dreiecks genau den Ausgangspunkt erreicht haben. Das heißt, hier oben war ganz klar ein Punkt da. Profite mitnehmen. Ganz klar hier bei 37 Cent Profite mitnehmen. Warum? Weil es auch gleichzeitig hier ein Startpunkt war von dem Dreieck, wo wir eigentlich gestartet sind. Das sehen wir hier ganz gut. Und wenn wir uns übergeordnet bei dem Tageschart noch eines machen, und zwar den Fibonacci, den brauchen wir natürlich auch, den nochmal vom höchsten Punkt hier oben zum tiefsten Punkt da unten. Wo war er denn in etwa? In etwa. In etwa hier herzeichnen. Dann sehen wir, okay, da hätten wir eigentlich jetzt noch ganz schön Luft nach oben. Was gilt es jetzt momentan zu beachten? Wir müssen die 37 Cent, die müssen wir mal durchtauchen. Wir brauchen eine bestätigte Tageskerze darüber, um dann zum nächsten Punkt zu kommen. Das sind die 75 Cent. 75 Cent, drei Monats Prediction. Könnte klappen. Könnte hin und könnte funktionieren. Ja, das wäre schon mal eine Geschichte. Aber wir haben noch ein bisschen mehr. Auch das checken wir jetzt nochmal in einem Update. Wir haben es letztens schon angeschaut. Aber es gibt natürlich noch ein bisschen was. Es gibt hier erstens mal den Golden Cross Death Cross im Tageschart. Und auch den habe ich euch gesagt. Achtung, Achtung, wir haben ihn gebaut. Ja, beim letzten Video war es noch nicht so weit. Aber ich habe gesagt, da müsste schon ganz viel schief gehen, dass wir den nicht schaffen. Und was ist passiert? Wir haben ihn gebaut. Wir haben den Golden Cross hier. Das ist gut so. Warum mache ich dann eine Linie da oben? Keiner weiß es. Das ist gut so. Einmal reingezoomt hier. Und wir sehen es ganz schön. Tageschart Golden Cross. Beide Linien hier unten sind gecrossst. Grüne Linie über die rote Linie gecrossst. Das ist ein Golden Cross. Die EMA SMA 200 ist nun die grüne Linie. Die 50er ist die rote. Und da gilt es natürlich jetzt auch drüber zu bleiben. Das ist auch super bullish, Freunde. Sehr schön. Was mir nicht gefällt am Tageschart, das ist dieser lange Docht nach oben. Lange Dochte nach oben sind meistens brandgefährlich. Hier langer Docht nach oben. Dann ging es ein bisschen nach unten. Jetzt bauen wir die nächsten langen Dochte nach oben. Das möchte ich eigentlich nicht sehen. Holen wir uns noch dazu ganz was Interessantes. Alle Candlestick Patterns. Die schaue ich mir nämlich auch immer gerne an. Warum, wieso, weshalb. Geben wir mal den Golden Cross, das Cross hier weg. Und lassen wir aber alle Patterns. Wir sehen hier momentan kein böses Anzeichen. Lauter Bullische waren hier unten. Hier hatten wir noch keines. Aber schauen wir uns das Ganze auch nochmal an im 4-Stunden-Chart. Wie sieht die Situation hier aus? Lauter Bullische. Hier ein Doji. Doji ein Zeichen für einen Trendumkehr. Ist auch passiert. Wir sind von oben runter gekommen. Kleine Trendumkehr. Und wieder nach oben. Momentan auch im 4-Stunden-Chart. Hier keine bärischen Anzeichen. Im Wochen-Chart. Im Wochen-Chart auch alles gut. Darunter war der Doji. Der Doji für Trendumkehr. Und danach ging es nach oben. Alles gut. Wenn wir uns diese Candlesticks anschauen. Es ist ja alles gut. Können wir durchaus so lassen. Nochmal eines dazu. Den TDI. Traders Dynamic Index. Und den RSI. Das schauen wir uns auch noch kurz an. Und ihr seht es ganz schön hier in der Woche. Wir sind hier extrem nach oben geschossen. Über 70 Punkte. Und das ist natürlich schon eine Geschichte, wo ich sage. Achtung. Das ist schon gefährlich. Das ist nämlich stark überkauft. Da müssen wir schon drauf aufpassen. Im Tages-Chart wird es nicht viel besser ausschauen. Da sind wir auch drüber. Seht ihr hier ganz gut. Und kämpfen wir momentan mit unserer Durchschnittslinie. Mit dieser, sagen wir mal, Magenta. Ne, Magenta nicht. Grün-Dürkisen-Linie. So sieht es eigentlich aus. Was wir uns jetzt noch dazu holen. Das ist jetzt ganz schnell mal den MACD. Wir wollen nämlich auf keinen Fall dunkle-rote Kerzen sehen. Und das checken wir auch mal kurz. Also, Moving Average. Und alles gut. Dunkelgrüne Kerzen sind hier im Tages-Chart. Das sieht gut aus im Wochen-Chart. Auch hier schaut es gut aus. Dunkelgrüne Kerzen. Alles gut. Schauen wir noch kurz rein in den 4-Stunden-Chart. Das wollen wir auch noch sehen. Und in 4-Stunden-Chart, da ist es gar nicht mal so gut. In 4-Stunden-Chart ist es brandgefährlich. Jetzt momentan. Es war keine schlechte Idee, meiner Meinung nach, bei 37 Cent Gewinne mitzunehmen. Warum? Wieso? Weshalb? Schaut euch das hier an. Wir sind danach sofort mit hellgrünen Kerzen nach unten gegangen. Nochmal ein kurzer Jump nach oben. Und jetzt geht es sogar in den roten Bereich. Und wir bauen gerade den Cross-Blauen-Linie unter der braune Linie. Das ist immer brandgefährlich, Freunde. Da müssen wir immer drauf aufpassen. Also, das ist es auch schon für heute. 10 Minuten sind rum. Ein schnelles, kurzes Update für IOTA. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gut. Wenn nein, auch gut. Macht es gut. Tschüss und ciao. Euer Bittier. Nicht vergessen. All das ist kein finanzieller Ratschlag, Freunde. Das ist nur meine Meinung fürs Trading. Und ich gebe euch hier immer wieder nur mal die kurze Zusammenfassung von der Geschichte, wie es eben so ausschaut. Macht eure eigenen Entscheidungen. Und passt immer auf eure Kohle auf, Leute. Das ist ganz wichtig. Also, tschüss. Ciao. Euer Bittier. Tschüss. 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 Vielen Dank.